Der Standort Riesa, liebe Zuschauer, steht in diesem Jahr im Fokus der Tätigkeiten der Elblandkliniken. Ich bin verabredet mit dem Vorstandschef der Elblandkliniken, mit Frank Ohi. Schönen guten Tag, Herr Ohi. Guten Tag, hallo. Ich habe es gerade eben gesagt, Riesa steht im Fokus der Elblandkliniken-Gruppe. Warum zu fragen, wäre jetzt sicherlich ein bisschen falsch, aber hier wird gebaut und zwar kräftig. Endlich geht es los. Wie ist der Stand der Dinge? Also losgehen, das ist immer schwierig. Wann geht es los? Bei uns geht schon lange was los und zwar in der Planung, auch in der Ausschreibung. Wir haben den Bauantrag eingereicht, die Fördermittel sind da. Das geht bei uns schon los. Aber wirklich vor Ort losgehen tut es wahrscheinlich erst so Mai, Juni. Wir müssen ausschreiben, wir müssen den Bauantrag abwarten, bis er dann natürlich bei uns ist. Und im Moment, wenn man draußen ein bisschen schaut, wir roden schon die Felder. Also wir gucken, dass wir das Baufeld freimachen. Aber richtig losgehen tut es wirklich dann erst, also wenn man das sehen will optisch, dann Mai, Juni. Wir waren vor ein paar Jahren schon mal in einer ähnlichen Situation. Jetzt nehmen wir das ganze Form an. Was hat sich geändert zu dem Projekt von damals? Also wir hatten damals ein Projekt in der Planung, ein Neubau, ein kompletter Neubau. Das haben wir ad acta legt aufgrund der Kosten. Wir haben jetzt entschieden, einen Teilneubau zu entwickeln mit dem Umbau des Haupthauses. Also das Haupthaus bleibt bestehen, wird aber natürlich auch peu a peu umgebaut. Und dieser Teilneubau beinhaltet zum Beispiel die neue Notaufnahme, neue Funktionsdiagnostik, zwei Linksherzkatheter und diverse andere Sachen. Und das ist ganz wichtig. Wir haben hier die Kosten dann im Rahmen halten können. Und deswegen realisieren wir es jetzt auch wirklich. Wie lange wird gebaut werden und auf was müssen sich Patienten und Personal einrichten? Also dadurch, dass es kein reiner Neubau ist, sondern wirklich ein Umbau des Haupthauses, werden wir wahrscheinlich fünf bis sechs Jahre bauen. Aber der Teilneubau kommt natürlich schneller. Der wird eineinhalb, zwei Jahre dauern. Das heißt, da wird man schnell dann auch Entwicklung sehen. Dann werden wir auch umziehen. Während dieser Zeit muss sich natürlich jeder, sowohl die Anwohner als auch die Patienten, auch die Mitarbeiter natürlich umstellen und einstellen auf diese Bauaktivitäten. Wir versuchen es aber so schon wie möglich für alle zu halten. Ganz ohne Umstände wird es nicht gehen. Wie modern wird das neue Haus bzw. der neue Standort Riesa sein nach Fertigstelle? Also der Teilneubau ist natürlich nach allen möglichen Facetten entwickelt worden, weil wir bei einem Neubau natürlich immer mehr Möglichkeiten haben. Im Umbau haben wir auch versucht, neue Einflüsse möglich zu machen, auch die Prozesse nochmal zu optimieren. Wir werden auf jeden Fall ein modernes Krankenhaus haben, auch mit einer anderen Atmosphäre. Wer hier die Innenräume kennt, sind sehr gedrungen. Wir werden die Decken nochmal erhöhen. Und das ist schon sehr modern, was wir dann hier haben. Wie wird sich das auf die Arbeitsweise vor Ort auswirken? Wir werden in jedem Fall viele Veränderungen auch für das Personal haben, aber auch für die Patienten. Wir werden kürzere Wege schaffen. Wir werden auch vor allem in der Notaufnahme, wo es sehr schnell gehen muss, wo ja auch Wartezeiten immer eine Rolle spielen und versuchen, hier nochmal alles ineinander reinzubringen. Aber natürlich auch die Patienten weniger über lange Wege fahren zu müssen. Und das werden wir auf jeden Fall optimieren. Und da versprechen wir uns auch viel davon. Wir sind ja in so einem Klinikum einmal der medizinische Betrieb, aber im Grunde genommen sind Sie auch ein halbes Hotel. Wie wird sich das für die Zeiten auswirken, wo der Patient nicht behandelt wird? Also wir bauen ja, wie gesagt, die Ebenen um. Das heißt auch die Patientenzimmer. Und natürlich wird es dort auch einen etwas anderen Komfort geben. Wir versuchen, die Atmosphäre für den Patienten ja immer gut zu halten, auch mit unserem Service. Wir haben ja auch schon das Essen wieder umgestellt. Das Essen ist wieder bei uns. Das war mal eine Zeit lang extern. Und so versuchen wir natürlich, das Wohlfühlambiente auch reinzubringen, was zur Genesung wirklich wichtig ist. Aber vor allem steht bei uns natürlich immer der medizinische Aspekt im Vordergrund. Und das ist das, woran wir jeden Tag arbeiten. Welche Rolle wird der Standort Riesa dann im Klinikverbund spielen? Und wo werden die Schwerpunkte in Riesa liegen, also die medizinischen Schwerpunkte? Also wir haben natürlich mit den drei Standorten Meißen, Radebeul und Riesa drei komplette gleichwertige Krankenhäuser. Also jeder hat so seinen Teil. Aber wir haben natürlich, wie Sie sagen, spezielle Angebote. Gerade hier in Riesa werden wir den Bereich Kardiologie sehr stark ausbauen. Wie gesagt, mit einem zweiten Linksherzkatheter, aber auch andere Bereiche, die Dialyse ist hier ansässig. Da werden wir natürlich auch das eine oder andere noch mal zukünftig wachsen lassen wollen. Und natürlich auch noch andere Bereiche. Wir haben noch die Urologie hier, die wir nicht an jedem Standort haben, die wir hier auch natürlich vorhalten. Und auch noch andere kleinere Bereiche. Welche Außenwirkung oder welche Wirkung soll das neue Krankenhaus beziehungsweise der neue Bau in die Region haben? Und da denke ich jetzt nicht in Richtung Meißen, sondern eher in Richtung Norden. Also wir haben hier natürlich eine Standortsicherung. Erstmal für Riesa, für das Krankenhaus. Das zeigen auch, dass wir Fördermittel bekommen. Also man baut auch auf diesen Standort. Und natürlich sehen wir unseren Kreis nicht nur im Landkreis, aber auch in viele Richtungen. Und das zeigen jetzt schon, woher die Patienten kommen. Wir bekommen aus weiter entfernten Regionen auch schon Patienten. Und das ist natürlich wichtig für diesen Standort, auch für die Zukunft. Und da sind wir uns ganz sicher, das Krankenhaus ist auch mit diesem Umbau auf einem sehr guten Weg. Heute stehen wir hier in einem Besprechungsraum auf Ebene 6 für dieses Interview. Wenn wir dieses Interview in einem Jahr führen würden, welchen Hintergrund würden Sie sich dann wünschen? Also in einem Jahr, ich weiß das ziemlich genau, in einem Jahr werden wir wahrscheinlich immer noch hier stehen, weil wir den Besprechungsraum noch nicht umgebaut haben. Wir werden aber zukünftig noch einen anderen Besprechungsraum haben, weil auch diese Ebene dann umgebaut wird. Also wenn wir da mal in zwei, drei Jahren reden, dann werden wir wahrscheinlich irgendwo im Erdgeschoss stehen, in einem etwas anderen Raum, der dann auch dafür geeignet ist. Vielen Dank, Frank Ohi, das liebe Zuschauer ist Herr Oderbar, der Vorstandsvorsitzende der Elblandkliniken hier für den Neubau beziehungsweise für den Standort Riesan.